Hallo meine Lieben und weiter geht es. Okay, wir haben jetzt hier einen Drohnenstörsender. So, warte mal, wenn ich jetzt in die Richtung gehe, dann komme ich da hin. Das Problem ist, dass gerade hier liefert sich gerade einer rum. Ich weiß nur nicht, ob ich den umlegen kann, ohne dass es irgendeiner mitbekommt. Zumal ich ihn jetzt, auch da ist er jetzt auf an. Warte mal, der war da eben gerade noch nicht da. Ach, das ist ein Sniper. Dann wollen wir uns mal auf seine Position. Oh, 14 Geschosse. Das ist gut. Ach, kaget. Ach, kaget. acht durch den scheiß stör sender die markierung von den tüten wieder verloren ach scheiße ich glaube das war ja eine ganz ganz miese ich verkeh jetzt mal für locken ok dann gehen wir mal hier entlang mit diesem thron den müsste ich ausschalten das wird wahrscheinlich das teil hier sein ja das kriege ich aber nicht ok das ist jetzt ein bisschen ja ich überlege jetzt gerade hoffe ich nicht doch vielleicht es besser wäre von hier aus dann versuchen wir von hier aus dann von hier über die brücke rüber also spricht er beim startpunkt das war ja hier irgendwie so dann hier über die brücke und da von hier aus das ganze machen so war ja mal ich wollte hier eben schon untergehen da ich gerade noch im letzten moment gesehen und Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! Okay. Okay. Das wäre jetzt weg. Hätte ich den eigentlich auch von hier oben ausschalten können? Nee. Okay. 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 Stay down! So, warte mal. Vielleicht. So, warte mal. so wo bin ich denn jetzt bin ich ja gut dann wollen wir mal weiter ok das ist hier guter das ist jetzt erst mal uninteressant kacke okay dann ist das tier wohl ich werde mich dann bald beinahe gesehen ok gut dann ist das jetzt hier wohl mein weg um da hin um in das gebiet hier rein zu kommen wenn ich hier fertig bin gut aber die leichte hier den hatte ich doch schon geliebt hat ok gut wir haben sich wieder abgeregt gut aber trotzdem werde ich jetzt mal meine wieso ich hab doch den stör sender erledigt oder gibt es denn mehr als ein gott bin eigentlich have ich du und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, wie viele... Okay, warte mal. Okay, jetzt... Ja, noch einer. Okay, den habe ich. Okay, wie viele... Okay, wie viele... so ich hoffe mal dass da jetzt keiner mehr kommt alter wie viele denn noch ja alle kann ich von hier aus nicht erledigen ja 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 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020